Wenn Seelenverwandte sich endlich finden, ein Fest für Körper, Geist und Seele. Wusstest Du, dass Du mehr als nur einen Seelenverwandten haben kannst? Wie vieles genau sind, weiß niemand. Das hat das Schicksal in Deinen Seelenplan geschrieben und dessen Inhalt bleibt uns zeitlebens verborgen. Aber natürlich treffen wir immer wieder Menschen in unserem Leben, zu denen wir uns spontan sehr stark hingezogen fühlen. Was wir uns dabei am meisten wünschen, die oder den einen Menschen zu treffen, der die fehlende Hälfte unserer Seele in seiner Brust trägt. Hier spricht die spirituelle Welt dann von Zwillingsseelen oder Zwillingsflammen. Sie sind zweifellos die stärkste und mächtigste Variante der Seelenverwandtschaft und ein echtes Volksfest für Körper, Geist und Seele. Warum das so ist und warum Seelenverwandte einander vor allem mental und psychisch gut tun, das verraten wir Dir in unserem heutigen Podcast. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Wusstest Du, dass Seelenverwandte sich gegenseitig ganz schön auf die Palme bringen können? Sie sind zwar aus demselben Holz geschnitzt, aber gerade deshalb schenken sie einander nichts. Jeder kennt den anderen und weiß, wozu sie oder er imstande wäre. Gerade das macht das gemeinsame Wachsen und Entdecken ja so spannend. Trost und Hilfe sind eine Sache, aber Schwachheiten durchgehen lässt man der besseren Hälfte besser keine. Wie sonst soll sie denn das Gruppenziel des Lebens erreichen? Dieses besteht nun einmal darin, sich konsequent weiterzuentwickeln und niemals stehen zu bleiben. Nummer 2. Hilfe und gegenseitige Unterstützung gehören einfach dazu. Es sollte eigentlich in jeder Partnerschaft, Familie oder Freundschaft selbstverständlich sein, einander unter die Arme zu greifen. Seelenverwandte sind hier besonders begabt, denn sie kennen die Wünsche und Bedürfnisse des anderen wie ihrer eigenen. Meistens braucht man gar nicht um Hilfe zu bitten, denn was im Kopf der besseren Hälfte vor sich geht, weiß die andere ganz genau. Trotzdem wird man sich in dieser Beziehung auch nicht schonen. Wenn möglich, steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund. Schließlich will man für seine Liebsten ja nur das Beste. Nummer 3. Jede und jeder darf so bleiben, wie er ist. Das Großartige in einer Seelenverwandtschaft oder Seelenliebe ist die Tatsache, dass beide von der ersten Sekunde an wissen, was sie am jeweils anderen haben. Diese ganze Phase des Umwerbens und des Eigenmarketings fällt weg, weil man aus tiefster Seele weiß, ich bin gut genug und das Gegenüber sieht das genauso. Ein Seelenverwandter wird uns niemals kritisieren, außer es ist zu unserem Besten. Wir dürfen bleiben, wie wir sind und müssen uns zu keiner Zeit verbiegen oder verstellen. Nummer 4. Sie oder ihn zu finden, ist nicht schwer. Im Gegenteil. Es mag sich verrückt anhören, aber es entspricht den Tatsachen. Wir meinen zwar immer, dass es das komplizierteste der Welt sein müsste, den Deckel zu unserem Topf zu finden, aber das ist es nicht. Im Grunde müssen wir gar nichts tun, außer uns selbst so weit zu bringen, mit uns im Reinen zu sein. Wer mit Fug und Recht behaupten kann, den Rest seines Lebens auch ganz gut alleine bewältigen zu können, der ist bereit für die Seelenliebe. Und diese findet uns dann auch ganz von selbst, ohne unser Zutun. Nummer 5. Seelenverwandtschaft ist kein Exklusivrecht. Du kannst tatsächlich mehr als nur einen Seelenverwandten treffen. Wahrscheinlich gibt es in jedem unserer Leben sogar eine ganze Armada davon. Das Schicksal geht in wichtigen Angelegenheiten gerne auf Nummer sicher. Du wirst nicht alle auf Anhieb erkennen können. Manche machen dir wahrscheinlich sogar dein Leben schwer. Aber alle von ihnen haben eine Aufgabe zu erfüllen. Dein Lebensmensch ist hier nur die Spitze des Eisbergs, aber natürlich auch der ultimative Höhepunkt. Nummer 6. Deine Schwächen sind nicht von Bedeutung. Mach dir keine Sorgen darüber, ob du gut genug für deinen Seelenverwandten sein wirst. Du bist es unbedingt, so viel steht fest. Sie oder er kennt dich wahrscheinlich besser als du dich selbst. Geht ihr miteinander eine Beziehung ein, kauf daher niemand die Katze im Sack. Entspann dich und lass solche negativen Gedanken einfach los. Wenn es einen Menschen gibt, der dich vorbehaltlos akzeptieren und lieben wird, dann ist es dein Seelenverwandter. Nummer 7. Diese Verbindung birgt Suchtpotenzial. Kommen wir nun zu einem Aspekt der Seelenverwandtschaft, den man streng genommen nicht gutheißen kann. Aber keine Sorge, du wirst gleich verstehen, worauf wir hinaus wollen. Treffen sich zwei füreinander bestimmte Seelen endlich, kommt zusammen, was zusammen gehört. Das ist ihre Bestimmung, so soll es sein. Es ist daher nur logisch und natürlich, dass diese beiden Menschen weder ihre Finger voneinander lassen können, noch viel Zeit getrennt voneinander verbringen wollen. Diese Beziehung macht süchtig nach mehr und das ist für Außenstehende sehr oft schwer zu verstehen. Nummer 8. Es ist fantastisch und trotzdem wird es mit jedem Tag noch besser. Was eine Seelenverwandtschaft so einzigartig macht, ist ihr schier unendliches Entwicklungspotenzial. Hier ist das Ende der Fahnenstange niemals erreicht und das Gut kann jeden Tag noch besser werden. Sei nicht überrascht, wenn du mit diesen Menschen zu ungeahnten Höhenflügen abheben kannst und alle Ziele erreichen wirst, die du dir vorgenommen hast. Danken musst du dafür niemandem. Es ist dein Verdienst, auch wenn es sich anders anfühlt. Ein Seelenverwandter bringt uns nur sozusagen auf Schiene. Fahren müssen wir alleine. Genieße diesen Rückenwind, die Reise und alle Ziele, die er dich ansteuern lässt. Unser heutiges Fazit. Seelenverwandtschaft ist der stille Garant für unseren Seelenfrieden. Wetten, du hast dir die Sache mit der Seelenverwandtschaft irgendwie romantisch und verträumter vorgestellt? Die meisten Menschen neigen zu der Vorstellung, dass es sich dabei um rosaroten Zuckerguss und ein Dahindriften auf dem lauen Ozean tiefer Gefühle handelt. Doch Seelenverwandte müssen einander auch herausfordern. Sie sollen schließlich wachsen an dieser Beziehung. Und Wachstum geht nicht ohne ein wenig Anstrengung und Mühe. Trotzdem ist es erstaunlich, auf wie viele Bereiche unseres Lebens sich dieses Zusammentreffen positiv auswirkt. Fast scheint es, als ob Seelenverwandtschaft eine Art Patentrezept für ein erfüllteres und glücklicheres Leben ist. Doch Vorsicht! Das ist sie nur, wenn jeder der Beteiligten für sich schon glücklich und zufrieden ist. Suchen müssen wir das Glück alleine. Multiplizieren können wir es dann gemeinsam, indem wir es teilen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020